Was ist die Maskenpflicht? Lasst gerne ein Like da, kommentiert es, wir antworten euch persönlich und wie das mit dem Abo geht, das wisst ihr. Jetzt am Ende habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine Playlist anzuschauen, ein von uns empfohlenes Video und wenn ihr in die Mitte klickt, seid ihr direkt in unserem Kanal.